Ich bin heute als Partyreporter bei der größten Politfeier aller Zeiten. SPD-Parteitag. Hier wird Superstar Martin Schulz gefeiert. Und ich bin dabei, exklusiv für Schulz TV. Ist ein ganz geiler Tag heute. Jedem Anfang wohnt ein Zauberinne. Der Erlöser ist da. Unser Motto ist ja Schulz, geiler geht's nicht. Ist gar nicht so schlecht. Er spricht nur aus der Seele und darüber hinaus. Er kann fast alles. Außer SCH, ne? Ob der noch über Wasser gehen kann, das wird geprüft. Es ist wirklich kaum zu fassen. Martin Schulz verschiebt sogar die Weltkoordinaten. Und er hat ein ganz neues, abgefahrenes SPD-Thema entdeckt. Martin Schulz steht für mehr soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Warum ist das keinem vorher in der SPD aufgefallen? Ich weiß es nicht. Ach, ist doch scheißegal. Hauptsache, keiner sagt das böse Wort. Die SPD hat ja mal Hartz IV und die Agenda 2010 erfunden. Hartz IV war scheiße, sagen wir mal ehrlich. Ich weiß nicht, was das ist. Hartz IV? Nein. Haben Sie vergessen? Die können sich gar nicht daran erinnern, dass die SPD mal Hartz IV erfunden hat, ne? Ja, richtig, ja. Das ist ein gutes Glück. Aber ehrlich. Die jungen Leute können sich da nicht mehr dran erinnern. Nee, muss ja nicht sein. Nee, muss nicht sein. Nicht Agenda 2010 sagen. Nicht nicht sagen. Auch nicht Hartz IV. Auch wenn Schulz das mal unterstützt hat. Ach, Schnee von gestern. Heute ist Martins Tag. Ich will, liebe Genossinnen und Genossen, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Herzlichen Dank und Glück auch. Geiler geht es. Martin Schulz. Martin, ich will eine Regierung von dir. Ach, Martin, mit dir fühlt sich alles so gut an. Der löst bei mir ein Knistern aus. Ich finde den wirklich stark. Wie hört sich das an? Das ist wie Flugzeuge im Bauch. Das ist wie der erste Kuss mit einem Mädchen. Das ist wie das erste Rendezvous. Merkel ist Valium, Schulz ist Viagra. Hm, das macht mich hier ganz wuschig. Jetzt muss ich auch mal zu diesem Martin. Herr Schulz, ein Autogramm, bitte. Ein Autogramm. Auf mein Hemd. Hier drauf. Ja. Ja. Ich hab Herzklopfen, er hat mich berührt. Danke, Erlöser. Tschüss. Wozu ein Wahlprogramm, wenn es auch mit einem Knistern geht? Danke, Martin. Tschüss.